Weltweit gab es allerhand komische Anreize, um zur Impfung zu gehen. Die Deutschen kriegen eine Bratwurst mit Senf in einem Weißbrotbrötchen. Mein Lieblingstier ist die Bratwurst. Speck- und Bindegewebsstellen von gekochten Kalbsköpfen werden in einen Schweinedarm gedrückt und dann werden sie nur erwärmt, aber nicht gekocht, weil sie sonst platzen. Und deshalb darf man Würste nicht nach Mittag essen, weil sie sonst schon längst vergammelt sind. Bratwurst, Bratwurst, Bratwurst...